Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir schlesische Pfefferkuchen zubereiten. Das ist ein altes Familienrezept. Das ging hier durch die ganze Verwandtschaft. Immer wenn ich eingeladen wurde, dann gab es um die Weihnachtszeit schlesische Pfefferkuchen. Und genau dieses Rezept werden wir heute zubereiten im Zusammenhang mit der KitchenAid und dem Thermomix und los geht's. Hier haben wir einmal Honig, Orangiat, Rosinen, Zucker, Eier, Margarine, Mehl, Potasche und hier ist Zimt und Nelkenpulver. Jetzt muss ich noch dazu sagen, wir werden das zwar hier in der KitchenAid zubereiten, aber den Honig und den Zucker, den müssen wir erhitzen und das werde ich hier im Thermomix machen. Ihr könnt es natürlich auch gerne auf dem Herd erhitzen. Als erstes gebe ich hier den Zucker hinein und dann den Honig. Ja, die exakte Zeit habe ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt Pi mal Daumen machen. Ich nehme aber mal vier Minuten, denn der Zucker muss ich ja auch etwas auflösen und nehme hier mal, denke ich mal, 80 Grad und Stufe 1 und dann schauen wir mal nach der Zeit, wie es dann aussieht. Schauen wir mal, sieht richtig gut aus. Ja, ich denke die Zeit, die war jetzt auch so in Ordnung. Ja, genau. Jetzt geht es mit der KitchenAid weiter. So, jetzt gebe ich erst einmal den Honig mit dem vermischten Zucker, also dem erhitzten Zucker, erstmal alles hier hinein. Dazu kommen drei Eier. Margarine. 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 So, hier haben wir jetzt das orange Art. Ich habe jetzt nochmal das Rezept angeschaut, also Citronat kommt auch dazu. und diese beiden noch einmal fein hacken und das gebe ich jetzt hier in den Thermomix. Und da der Thermomix ja sehr kraftvoll ist, setze ich mal hier das Ganze so auf drei Sekunden und hier Stufe 6. Ja, so sieht das jetzt aus, aber ich werde noch mal drei Sekunden draufsetzen. Mir ist es doch noch ein bisschen zu grob. Die Rosinen müssen auch zerkleinert werden. Ja, das gefällt mir auch noch nicht, die sind mir auch noch zu groß. Man muss halt immer mal wieder anhalten und schauen, wie sieht die Lage aus. Ja, also setzen wir hier noch mal ein paar Sekunden drauf. Also irgendwie lassen die sich nicht zerkleinern. Die sind ja noch genau so groß, wie ich sie reingegeben habe. Na, sowas. Also, jetzt setze ich hier noch mal ein bisschen was drauf. Oder wir machen mal fünf Sekunden, aber hier mal ein bisschen mehr Power. Ja, die Kraft hat gefehlt. Jetzt bin ich zufrieden. Und das kommt jetzt in die Schüssel. Zitronat und Orangschad. So, nun geht's. Jetzt gebe ich zwei Teelöffel Zimt dazu. Dann Nelken gemahlen. Ein Teelöffel. Ein Päckchen Pottasche. So, und das Ganze wird jetzt erst einmal verrührt. Da bin ich mir immer noch unschlüssig. Nehme ich da jetzt diesen Haken? Oder nehme ich das hier? Ich glaube, ich nehme mal das hier. Und später dann den anderen Haken. Ich bin noch Neuling bei der KitchenAid. Ja, so sieht das jetzt aus. Und da war jetzt doch hier dieser Rührarm genau der richtige dafür. Und jetzt gebe ich noch Mehl hier hinein. Und zwar ein Kilo. Und da nehme ich dann den anderen Rührarm. So, und das machen wir jetzt erst einmal langsam. So, das sieht hier richtig aus. So, das sieht richtig wunderbar aus. Also, ihr müsst mal bedenken, meine Tante, die hat das alles früher mit der Hand geknetet. Und die Rosinen und das Zitronat, die hat das alles mit der Hand mit dem Messer eben zerkleinert. Die hatten keine Küchenmaschine. Das wurde alles mit der Hand gemacht. Ja, da ist das ja hier schon komfortabel mit der KitchenAid überhaupt. Das Ganze rolle ich jetzt aus. Und dann steche ich die Plätzchen. Und dann steche ich die Plätzchen. Und dann steche ich die Plätzchen. So, das hier kommt jetzt bei 180 Grad für sieben Minuten in den Backofen. Das hier ist jetzt die erste Lage. Die ist jetzt hier fertig. Und da kommt dann später noch ein Schokoladenüberzug drauf. Und mit einer Mandel wird das dann garniert. Ja, genau. Das muss jetzt erst mal abkühlen. Schaut, das ist jetzt aus dem ganzen Teig herausgekommen. Ihr seht also, es sind sehr viele Plätzchen geworden. Und das werde ich jetzt noch mit Schokoladenglasur bestreichen. Und ja, in die Mitte von jedem Plätzchen kommt dann noch mal eine Mandel. Wir werden jetzt erst mal die Schokoladenglasur zubereiten. Dieses Rezept habe ich jetzt herausgesucht. Und hier habe ich jetzt Kuvertüre. Und die werde ich jetzt hier im Thermomix zerkleinern. Ja, das war bei 10 Sekunden Stufe 8. Und jetzt kommen 20 Gramm Öl dazu. Und da wird das jetzt geschmolzen. Ja, da wollen wir jetzt mal gucken, ob das auch so aussieht. Ah, wunderbar. Ja, und das geben wir jetzt auf die Plätzchen. So, die flüssige Schokolade habe ich jetzt mal hier hineingegeben. Und dann habe ich hier solche Mandelplättchen. Ich habe jetzt keine ganzen Mandeln da. Aber man kann ja auch solche Plättchen dann hinterher noch drauf geben. Ja. So, ihr Lieben. So viel ist jetzt hier dabei herausgekommen. Aber auch noch mal das gleiche von der Menge. Ja, ihr wisst Bescheid. Das sind jetzt hier, wie viel Teller? Sechs Teller. Ja, und nochmal sechs Teller. Habe ich auch nochmal. Und so ungefähr. Ja, damit ihr wisst, wie viel aus diesem Rezept herauskommt. Und schaut, so sehen die schlesischen Pfefferkuchen aus. Ah, die sind so toll geworden. Richtig schön. Ihr könnt das entweder mit einer halben Mandel verzieren. Oder ich habe es jetzt mit, ja, so Mandelplättchen eben verziert. Ganz, wie ihr das möchtet. Also, es kommt auf jeden Fall immer eine Mandel drauf. Und ja, jetzt probieren wir. So richtig lecker. Wie früher. Ein ganz tolles Rezept. Hm, ist das gut. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Ja, ihr Lieben. Das war das erste Familienrezept. Mal schauen, was dann so als nächstes noch kommt. Abonniert gerne meinen Kanal. Und aktiviert die Glocke. Damit ihr das auch nicht verpasst. Wenn wieder ein neues Video online geht. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.